hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play rust mit dabei ist otto moin moin leute da sein großes haus hast du zwei gemacht alter ist es eins ist nur die treppe drinnen so und schön mit der aufgehenden sonne beginnen natürlich das let's play haben uns gedacht das passt gerade so schön und wir sind auf holz suchen und da ist schon der erste holz auf steine mit ihrem mit natürlich alles der körper und da weg um den mann war hat typen getötet ein paar typen es war einer zwei ich habe noch einen getötet ja aber zwar nicht in der aufnahme naja das war ja ok ich bin aber beim letzten mal äh häufiger gestorben wer ist gestorben? Bier wann? beim letzten let's play nein doch ehrlich? waren wir hier oben und du hast auch von Wolf angegriffen ja genau älter eröffnen mein holz zu klauen ne du meinst auch ne es ist meins ich war zuerst dran na und ich war bei dem anderen auch zuerst dran bis einfach nicht reingegangen pech ja also das ist ja auch super pech ne doch nein doch darf das ja ich auch nein diesmal schließe ich dich ab mach doch ich hab shotgun ich auch hast du auch Munition? ja ich hab auch Munition na gut ich geh jetzt erstmal in die Stadt bisschen looten mach das ist an mir heute hier draußen ah verdammt ich hab keine hab keine Tabletten dabei schade eigentlich dem Leute bei mir hat heute der Server wie hier im Bug oder der hasst mich irgendwie heute ich werde tausendmal zurückgesetzt kein Bug das ist ein Lag ist tropfen mega das ist scheiße das passiert ja ist aber kacke ist halt so ne ich dachte nur noch nach dem neuen Update soll alles besser geworden sein hm nach dem neuen Update soll die Welt gefixt sein und nicht der Server tropfen ey war jemand unterwegs ja ist der Typ eigentlich wieder da gewesen ob der die Töne gebaut hat wieder na 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 muss man nachgucken der dich bestimmt richtig geärgert alter äh die auch ah ne der kann ja gar nicht wie es bohnen wenn man den Schlafer kaputt gemacht das stimmt ja da war ja was ne da war ja genau da war ja irgendwas irgendwas schlaues haben wir ja gemacht gehabt naja schlau war's nicht werden immer wieder neu looten können ja mein Gott so weg ich muss mich wieder ein bisschen beeilen hier denn weil ich jetzt schon wieder Radioaktivität gleich 100 habe hast du noch diese Anti-Dinger ne die hab ich grad nicht dabei und die eine Kitzel die ich hier nicht ich hab sieben Stück davon du kannst welche haben wollt ihr mich veraschen wieso lassen sich die Touren jetzt hier grad nicht looten tja äh weil wir die neuere Version haben als das Server nein das könnten wir nicht drauf join da ist ein Tier das nehm ich auch gleich mal mit ich kann auch keine Türen oder sowas schließen garantiert leckt das jetzt gleich meine Radioaktivität ist auch hoch das bedeutet wir werden gleich ein Disconnect kriegen könnte passieren weil ich kann grad nicht öffnen ja das mach ich ja wir werden garantiert ein Disconnect kriegen ja ich kann auch gar nicht mehr ich kann nämlich grad nicht mehr changen also meine Waffen auch nicht mehr changen ja also haben wir ein Disconnect so Leute so sieht das aus wenn man ein Disconnect hat jo jetzt sind wir wieder bei Rache am Anfang ah ja genau einfach nochmal drauf join ne ich bin schon wieder äh drauf nicht nicht das Server hat nur grad ein Mega Lack gehabt ja aber jetzt aber eine Radioaktivität von 044 so die bin ich denn jetzt ach jetzt sind wir hier hinten wie ich brauche gesetzt so Leute so sehen Lacks aus bei äh bei Spielen und es ist noch einer drauf gekommen die sind nicht alleine warum Piratenjoker ist auch gekommen Piratenjoker, Privatejoker heißt das das bin ich ja ist dasselben Privatejoker ich hab mich umbenannt ich hab mich keine Lust mehr auf Clownster-IP hatte ach heißt nicht mehr Clownster ne ich heiße jetzt Private ähm Privatejoker also na denn keine Lust mehr auf Clownster sagt er ja das ist deine Let's Play Identität hallo ja ich hab mich nicht geändert aber sie sollte auch von 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 zu von Move von von die zu von Nassab Habe ich schon damit kannst wenn du die für Tiere nimmst dann brauchst du nur 2 mal brauchst du hacken Ich hab ne Perm Sehe ich denn da mit an? Munition schmarrn Scheiß auf Munition davon haben wir genug Doch schon wieder ein kurzer Leck Ja war aber jetzt wieder ok Also es wird wohl öfters jetzt in der Aufnahme passieren So wie ich mich jetzt vorstellen kann Garantiert würde es häufiger passieren jetzt Da war ich gerade drinnen Ja gut dann habe ich die Stadt auch schon leer gelootet Ja warum nicht ne Ja War zwar nichts großes bedeutendes drinnen aber immerhin was Wer hat der hat Und schon wieder ein kurzer Leck Ja Ja Ach meine Güte Lecks gehören zu jedem Spiel Ja Es wird halt auch noch besser Da durchmacht das Spiel erst Spaß wenn man richtig leckt Ich bin plötzlich dass ich ähm ich mich manchmal einfach hinsetze Oder ducken gehe also ducken und dann wieder einfach kurz aufstehe Was ducken und wieder aufstehen? Ja dass ich irgendwie mich also automatisch ducke Hm keine Ahnung Ach da ja hab's auch gerade Ich find's lustig Ich find's lustig Als wenn ich irgendwie schelpern würde Vielleicht stört was du über deine eigenen Füße Ja kann man sagen vielleicht hab ich schon offen Aber auch nur wenn du stehen bleibst Ne ich nicht Ich bin auch beim Laufen einfach mal so Ja das ist halt äh early alpha Immer noch obwohl schon mehrere update kommt Ja das ist so ist doch egal Updates müssen ja rauskommen Bevor sie es überhaupt in die Alpha setzen können So Generell erstmal die Alpha noch ey Ich freu mich schon auf die Beta Ich freu mich schon wenn das Spiel rauskommt Hä? Ich freu mich schon wenn das Spiel rauskommt Wie rauskommt Wer ist offiziell released wird Das wird zumindest der Beta ist Nein Oder nicht Beta ist immer noch vor dem Release Oder so Wir haben es also Und wir haben es gekauft legal Das Spiel kannst du auch nicht äh illegal bekommen Ne Hast du dir schon nachgeguckt? Nein Ja 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 Boah was ist das denn? Keine Ahnung Frag mich nicht Ich nix wissen ich nix deutsch Ja 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 Du nix deutsch genau Wird ich hier noch Ne Steinholz Ich habe vergessen mein Ding aus Momentan sind immer so viel Wenn du so 3 oder diese 2 mal 50 hast Dann aber wenn du denn Zuhause bist und das Braust ist immer schnell weg Na Ist auch kalter Ist halt für Feuer und Kochen und allem drum dran Bauen Ah verbauen da braucht man nicht so viel Das ist viel ey Ich hab ja noch äh Ich hab ja ganz viele Wood Planks gefunden gehabt Unlogisch finde dass die Dass du erst Wooden Planks bauen musst Damit du alles warst Aber wenn du es hinstellst Sieht ja aus als wenn du Als wenn du ein normales Holz hingesetzt hättest Oh Jetzt riech mir die kack Bär So und ein Bauplan gefunden Für Granate Für Granate Für Granate Ja für die Granate So schön Äh Geizgranaten bauen nicht Haben sie eigentlich die Zornbis ganz ausgenommen Auch die Tiere Die Tiere laufen hier noch rum Ich meine die Tierzornbis Die laufen hier noch rum Ne die laufen hier noch rum Ja ich hab das jetzt noch keins gesehen Die sind vor seinem Haus ganz viel Boah diese Legs Hätt sich grad noch in Grenzen Wollen wir nicht Wollen wir nicht Wir müssen ja so spacken die Tiere rum So Schokolade Essen So Ähm Da ist noch ein Wolf Wie viele Pfeile habe ich denn noch Zwei Stück Den Wolf mit 2 Pfeilen zu töten Ohi Muss ich aber treffen Der erste daneben Der zweite daneben Alter, Alter, Alter. So. Keine Shotgun-Mallitionen mehr. Das ist schön für Handtöten hier. So, das führt. Komm her, komm. Lass mal Holz. Holz, ich mag Holz. So, da ist der erste Wolf gestorben. Magst du auch Holz? Hä? Magst du auch Holz? Ich mag auch Holz. Ich mag sogar Kekse. Ich mag Züge. Na komm her, komm. Faut dich. Bam, ja. Dicke Sniper. Das war's mit dem Bär. Ja. Ja. Ich hab schon wieder einen kurzen Lack. Boah, Alter. Gerade richtig krass. Ja, bei mir auch. Ich werd immer wieder zurückgesetzt. Immer beim Abbauen werd ich zurückgesetzt einfach mal. Ja. Ich weiß nicht, was mit dem Server los ist. Beim ersten Mal, er hat's wunderbar funktioniert, da hatten wir gar nichts. Und jetzt? Auf einmal! Ja. Vielleicht ist halt bei den nächsten Aufnahmen alles dann besser verbessert. Also wenn wir das nächste Mal stoppen oder Aufnahmen neu starten. So, keine Ahnung, werden wir ja sehen dann. Am nächsten Tag oder so. Sind nur 48 Alter Leben, ey. 40 Blut. Alter, das Schwein läuft doch nicht weg. Ah, sind lecks. Ach Gott, ach Gott. Mit lecks spielen macht ja immer wieder sehr viel Spaß. Ja. Find ich auch. Fack auf die Tiere, auf die Tiere hab ich jetzt genug essen erstmal, ey. Klasse, die leben. Closes. Alter. Hab ich noch nicht genug. Du willst mich verarschen, Schwein. Meine Güte. Ich brauch Closes mehr, Closes. Gib mir dein ganzes Klaus. So. Jetzt hab ich wieder 14 Schweinefleisch. So. Jetzt hab ich wieder 14 Schweinefleisch. Weckauern mit. Hatchet. Genau. Da hab ich 3 Schuss hier noch drinnen. Ich brauch mehr Holz. Ich brauch mehr Holz. Viel mehr Holz. Du auch. So. Bisschen Holz sammeln. So. Ich hab schon ein bisschen. Ich hab schon ein bisschen. Ich hab schon ein bisschen was. Aber es reicht nicht. Mir wird nicht reichen. Aber wir sagen jetzt bis es wieder Nacht wird. Also wird das ein Rohstofffarm. Ähm. LP sozusagen. Oder Tag. ich mag. Jo. Bei mir wird das Haus ein bisschen ausgebaut. Ein bisschen hier was gemacht. Ein bisschen hier was gemacht. Ein bisschen da was gemacht. Was mach ich noch? Ne. Nachts ist mir zu dunkel dazu. Ja mach ich. Mach ich fackeln. Oder? Ähm. Campfire-Sinn. Mach mehr Holz. So. Schonmal bis. Den Lex kann man leben. Sagen es nicht der ganze Zeit wieder abscheißt. Ja. Mein Gott. Lex gibt es immer. Ob man will oder nicht. Hier hat irgendwer Megahousing gebaut, halt. Looten. Looten. Oh. Ja. Irgendwo. Jeden. wie lange die wir zurückfallen, ist alles gut wollen wir mal draufhauen aber eine Metalltür dauert lange Metalltür in Christen ist nicht kaputt, außer mit C4 das ist scheiße nämlich die Tür hier da stehen mehrere Häuser ach so, das ist doch, das ist cool aber das große hat eine Metalltür, wir brauchen mal den C4 ne, lag ja ich schau mal, ob wir mal auf die Tür draufhauen äh, großer lag wahrscheinlich werden wir einen Disconnect haben ja, ist großer lag, kannst du vergessen ach Gott, ach Gott, ach Gott wieso musst du nicht mal zu mir kommen, wir sind ungefähr drei Häuser, drei, vier Häuser erwähne ich wissen, wo du wärst wenn wir jetzt mal weiter machen könnten ja, kannst du vergessen gerade mal bei Sammlabstützen jetzt und weitermachen ja, das Connect from Server, ja Leute, wie gesagt, das wird nur öfters passieren ja, Client already in a Connect Menü so Leute, so sieht das Menü von Rust aus ich probiere jetzt mal per Konsole darauf zuzugreifen, ob ich da rauf komme ja, ich komme rauf ach, der müsste ja wieder ein Ding sein okay, per Konsole nö wieso wird bei mir angezeigt, dass du German Funfighter spielt tue ich nicht German Funfighter ist ähm, Sony, das spielt das ja, ne, bei mir wird aber angezeigt, dass irgendeiner spielt doch ein Freund ja, ein Freund, so ist schon ein Freund von dir oder nicht ja, ja, gut äh, das war Fail, ähm heute ist doch per Konsole so und das ist die Konsole, äh, also der, äh, die IP des Servers falls ihr drauf schauen wollt, dann pausiert hier das Video und schreibt euch die IP ab und connectet uns noch aber nicht so viele und baut uns bitte nicht zu ja außer ihr baut, äh, Holztüren, so dass wir reinkommen ja das wäre dann sehr höflich und dann gibt uns sehr viel damit wir bei euch reinkommen ja so als Geschenk, so darüber werden wir uns dann freuen so, da bin ich wieder so, die Tür wird schon dunkler ja wenn du, ähm, von der, ähm, die Straße hoch entlang gehst, dann kommst du welche Straße? hm, 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 hm da war es doch aber halt von der Straße halt nicht, also nicht zur ich setz mich die ganze Zeit hin, ist auch mal lustig ey, da vorne, äh, wurde schon wieder gebaut wo, das was versucht haben? wo ich jetzt, ne wo ich jetzt grad hingehe, ah ne, es sind wir, oh ach, ja, scheiß Lex, ich bin grad voll irritiert oh mein Gott, da hat jemand gebaut, oh mein Gott, tötet es es ist unser, oh mein Gott es geht halt überhaupt nicht, was sie jetzt hier mit der Animation gemacht hat, es ist ab und zu den Bohnen gestampft, bürst ja, das ist auch kacke sieht aber schon lustig aus hm, ja, toll, es bringt ja nichts, wenn es lustig aussieht, aber es ist einfach nur mega scheiße ist was soll ich dagegen tun? sterben ok die Tücke nochmal kaputtieren ich sehe, ich sehe ein Haus bin aber radioaktiv verstrahlt, warum? ich nicht, das ist falsch hä? kein Steinhaus ne, kein Steinhaus ich geh grad nur ne Straße entlang so draus lockt nein, ich war irgendwie mein Weg ah, da sind ganz viele Häuser ich bin drinne du hast halt nicht so bald umsonst da reingelaufen wo bist du denn? ich geh grad zu irgendein Haus mit Schuppen und sowas mit Schuppen hier läuft jemand drum das bin ich